... dass er je gewesen ist, im Lichtgegen. Joschel riecht und rollt zurück vor seine Schleifmaschine. Hier, da sitzt der Lichtkegel, der sehr hellen kleinen Dampen auf die Stelle konzentriert, wo der Stein auf das Schleifrad trifft. Sieht es ein wenig aus, als würde der Lichtschleif. Nach einer kleinen Weile schaut er auf und glänzt sie mich an. Es kommt noch besser mit mir. Er sieht mich an und ich höre die Augen hoch. Er ist Licht! Da steht alles an Ihres Licht. Zellulose, klar? Ich nicke. Dieses Anknipslicht in meinem Kopf flackert nicht mehr. Es beginnt hell zu leuchten. Rotes und Thesen, Wasserkohlen, Dioxide, Hydrofylzykohlen, Wasserstoff, ungebaucht. Dann sind wir aber auch nicht, mein Lieber. Ich muss es nicht erklären. Er fällt direkt ein. Uh, unsere Körper sind ungesetzte Nahrung. Na, also Pflanzen, die wir gegessen haben, oder Tiere, die sind auch ungesetzte Fressenpflanzen. Also Sonnenlicht, selbst Pilze verwerten, zuerst irgendwelches von Pflanzen aufgespeicherte Sonnenlicht. Das Anknipslicht in meinem Kopf legt man ein paar Lungen hinzu. Dann ist jede Bewegung, die wir machen, letztendlich freigesetzt in Sonnenlicht. Ja, jeder, jeder unserer Gedanken, der als Elektroimpuls durch die Synapsen schießt, letztendlich nicht, nur nicht.